Eine weitere Runde Next Map, einfach weil es so schön ist und auf Wieder an Trials Evolution! Wir sehen uns heute eine recht nette Map an, die einen kleinen Twist hat, wie wir da sehen, hinten an dem Motorrad. Ist eine Stange dran. Ah, okay, okay, okay. Und ich denke, du kannst dir schon denken, was sich da passieren wird. Ja, sowas kennt man. BAM! Batman-Style! Und es ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Es ist nicht so einfach, wie man... Es ist nicht... Es ist... Ich möchte euch hier nochmal kurz betonen, dass es nicht so einfach ist, wie man denkt. Muss man dagegen schlagen mit der Stange jetzt? Also hier an der Seite? Ja, ja, aber das Ding ist, du darfst nicht Vollgas geben und du darfst nicht zu langsam sein. Also nicht so wie jetzt? Ja, so! So musst du's machen! Ah, so, okay. So, okay, guck dir's an, guck dir's an! Oh! Oh! Ich weiß nicht, was da passiert ist. Nee, da ist das Motorrad irgendwie ausgedreht. Aber... Komische Kamera? Ja! Natürlich wieder komische Kameratwist. Aber guck dir's an! Guck dir das an! Ist das hübsch! Es ist eine ziemlich coole Idee eigentlich. Darauf kann man bestimmt noch was aufbauen. Aufwärts! Eigentlich ein Looping wäre noch cool gewesen oder sowas. Hier natürlich wieder mein Stil. Wie immer. Bom! Jaaa! War wohl nix. Aber ist auch wieder interessant so. Ah, man darf ja nicht gegenkommen. Hier dann runter, da dann runter. Es fühlt sich echt aus, dass man irgendwie behandelt wird wie so eine Sodamaschine oder so. Dass da unten ausgespuckt wird, dass wir noch was. Hier bricht. Hat er doch unglaublich lang für Gebrauch, oder? Wahrscheinlich. Also es wird nicht einfügen. Für das Feintuning wohlgemerkt. Aber alleine ausprobieren, ob es überhaupt funktioniert, ist auch wieder eine Sache für sich. Ja, hier. Ne? Ne? Ah! Mach das mal nach! Und... Ja! Also ich find's ne super Idee an sich. Oh! Ja! Ja! Wieder hier mein Stil. Kann man Kanonenkugeln? Man weiß ja nie. Kann man nur Optik... Nein, die können nicht treffen. Ah, ok. Bei meinem ersten Mann wurde ich getroffen. Ähm... Hier dein Tod. Sowas magst du ja gar nicht. Aber... Das kann ich nicht ab. Das ist auch die ganze Map. Leider hier nicht noch irgendwas lustiges. Es wäre auch nett gewesen, wenn man jetzt irgendwie runterkleidet. Aber nein. Ja! Will ihr eine Map habt? nextmap.gamingtest.de Eine schöne Map. Mir gefällt das. Na gut. Bis zum nächsten Mal!